Silvia B. Eine selbstbewusste Frau ist immer natürlich und sie weiß, was sie kriegt. Sie ist nicht schön, aber ziemlich realistisch. Einmal in der Woche Liebe ist, was ihr liegt. Sie fühlt sich nicht schlecht und sie fühlt sich auch nicht wohl. Sie hat von ihrer Midlife-Crisis längst die Schnauze voll. Sie weiß, sie hat einen Mann, der ist wirklich kein Genie. Doch der hat eine Menge Kohle und verlässt sie nie. Die Kohle Beziehung Die Kohle Beziehung Das ist die Kohle Beziehung Die Kohle Beziehung Melanie F. hat gerade abgetrieben. Einen kleinen Trip nach Holland fand sie besser als ein Kind. Sie sieht so tierisch gut aus, selbst morgens um sieben. Und wenn sie einen ansieht, dann ist der Typ heiß. Im Anmachen ist die Dame völlig konkurrenzlos. Bricht sämtliche Rekorde, sogar international. Sie macht schon mal ne Pause bei ihrem Typ zu Hause. Doch sie kommt wieder zu mir, denn der weiß von nichts. Eine coole Beziehung Das ist eine coole Beziehung Eine coole Beziehung Eine coole Beziehung Sie macht schon mal ne Pause bei ihrem Typ zu Hause. Doch sie kommt wieder zu mir, denn der weiß von nichts. Das ist eine coole Beziehung 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 Untertitelung des ZDF, 2020